Moin Moin Leute, hier ist Yannessi und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play One Piece Tribe 2 Globale Version, so wollte ich schon was japanisches sagen Auf jeden Fall, wir gehen heute gleich in die Story-Insel Die Sugo-Insel habe ich heute nämlich schon gemacht und deshalb gehen wir jetzt gleich in die Story-Insel rein Wir werden uns auch da jetzt drauf konzentrieren, das heißt in diesem Part werden wir zwei Story-Inseln machen Und im nächsten Part werden wir dann die letzten beiden machen, also in diesem Part 8 und 9 Und dann im nächsten Part 10 und 11, also dieser Part könnte ein bisschen kürzer werden, das weiß ich aber nicht Aber deshalb, also guckt mal ein bisschen, ich denke der nächste wird dafür aber ein bisschen länger mit Moria Deshalb denke ich gleich sieht das so ein bisschen aus Also ich würde sagen, wir gehen da gleich mal rein Wir kämpfen jetzt gegen den Spider-Monkey Ich weiß das noch von der japanischen Version, dass der relativ ekelig ist Weil ich weiß, dass der ganz viele bindet Vor allem auch, ich glaube ab 50% war es, ich bin mir aber nicht mehr so sicher Dass er sehr sehr viele bindet, also sehr sehr viele Charaktere Und dass er auch den Captain bindet, das weiß ich aber nicht Aber wie gesagt, wir gucken mal Ich werde wahrscheinlich einfach wirklich gucken, dass ich Mihawk wirklich ready habe für den Boss hier Weil das wirklich einer ist, an den ich mich wirklich erinnere, dass der nicht so schön war dagegen zu kämpfen Also das ist alles noch nicht so schön gewesen Also da werden wir jetzt erstmal gucken Ich werde mein Mihawk Special Ready machen und dann sollte der eigentlich kein Problem sein Der Spider-Monkey selber oder der Spinnenaffe, was ihr mir dazu sagen wollt Ist Int, das heißt wir haben etwas mehr Oder wir haben etwas mehr Freiheit sozusagen Wir haben eigentlich keinen negativen Typ Ich habe extra Shanks mit reingenommen Shanks könnte man in diesem Fall mit Ryuma zum Beispiel austauschen Ja, aber das Problem ist halt wirklich, dass wir allgemein in One Piece Treasure Cruise Nicht viele, ja, nicht viele Psy-Slasher haben Geschweige dann Free-to-Play-Sachen So, wir treffen jetzt das erste Mal auf die Ritter Ich habe es schon gesagt, die Ritter sind im Endeffekt ein bisschen stärkere, normale Kreaturen Weil sie Fähigkeit haben Also der Rote gibt sich zum Beispiel einen ATK-Buff, das wusste ich noch Dann der Blaue oder der Grüne, das bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher Gibt auf jeden Fall einen Schilddurchbruch, falls man den nicht in der ersten Runde besiegen kann Also die sozusagen machen immer ihre Fähigkeit, glaube ich Wenn sie eine Runde stehen oder wenn sie angegriffen haben Also da bin ich mir auch jetzt nicht so sicher Aber das werden wir auf jeden Fall gleich herausfinden, höchstwahrscheinlich Und ja, also ich werde definitiv jetzt ganz normal hier versuchen Mein Mihawk, äh, mein Mihawk fertig zu bekommen Wirklich, damit ich, wenn ich beim Affen ankomme Dann einfach den Doppel-Mihawk dann zünden kann Und dann wirklich schon mal 50% von seinem Leben weg sind Das ist hier ganz wichtig, weil ich weiß, dass der mega-Tanky war Äh, ich bin mir nämlich zu 90% sicher, dass der wirklich, äh, so knapp Braid-Boss-Leben hat Wenn ich mich richtig erinnere Also das war schon relativ ekelig auf der japanischen Version Deshalb, das hat sich auf jeden Fall auch in meinem Gedächtnis eingebrannt Dass ich hier auf jeden Fall sehr aufpassen muss Und deshalb versuche ich hier auch wirklich relativ viele, äh, Runden rauszuholen Sagen wir es mal so So Okay, ich hoffe, dass mein jetzt nicht One-Hit Knapp, aber das, da kriegen wir auf jeden Fall nochmal die Runden raus So, dann ein kleines Update zur japanischen Version Das wollte ich so zwischendurch Also, okay, er erhöht die Defense Das sollte nicht groß das Problem werden Ich denke nicht, dass er so viel, so oder so wenig Oder so eine hohe Defense hat, dass wir da jetzt nicht durchkommen werden Na, okay, haben wir geschafft Ich wollte da kein Risiko eingehen Ich hätte zwar noch eine Runde rausholen können Aber warum so ein großes Risiko reingehen Ähm, die japanische Version ist jetzt ein bisschen, äh, runtergelinden Also die Let's-Play-Parts von der japanischen Version sind ja etwas, äh, ja, kamen ja etwas weniger in letzter Zeit Das war aber eigentlich wirklich nur wegen, äh, dadurch Dass die Mouthgate auf der, äh, globalen Version rausgekommen ist Und deshalb hatte ich eigentlich dort immer was zu tun Was ich jetzt nebenbei mache Was ihr jetzt so nicht sehen werdet Ist, dass ich durch die, ähm, Story auf der japanischen Version weiterspielen werde Offscreen Und dass wir dann bei der neuesten Insel da fortführen, äh, fortsetzen Wenn ich da wirklich angekommen bin Das ist dann Amazon Lily Und da muss ich dann wirklich mal, äh, gucken, dass ich da hinkomme Und dann wird auf jeden Fall auch das japanische Let's-Play weitergehen Ähm, mehr oder groß kann ich da auch sonst nicht wirklich viel zu sagen Ich hatte halt viel auf der globalen, äh, zu tun Aber keine Sorge mit der japanischen Version wird, äh, mit dem japanischen Let's-Play passiert nichts Das wird auf jeden Fall weitergeführt So, sechs von sieben So, wie sehen denn meine Miha-Crossen, meine Miha-Crossen haben noch fünf Runden Dann versuche ich mal, ja, ein bisschen was rauszuholen an Runden Ich bin mir da aber nicht sicher, wie viele wir da rausholen können Also, wir können auf diesem Ritter halt wirklich relativ sicher spielen Naja, also wir können wirklich gucken, dass ich den, äh, da die meisten Runden rausbekomme Aber trotzdem halt den auch down bekomme Nicht, dass ich da jetzt eine relativ große, äh, Attacke dann von ihm kassiere Und da merke ich schon selber, dass ich zu viel Schaden gemacht habe Aber ich denke, die drei Runden werden uns jetzt nicht so wehtun Denn ich weiß, dass der, ähm, ich, also ich denke, dass er, äh, erst ab 50% halt diese ganzen Oh, das ist eklig Okay, damit kann ich aber trotzdem leben, das ist alles auch okay Ähm, ich hätte natürlich Golden Pound jetzt noch gerne gehabt Aber anscheinend bindet er wirklich ein aus den, äh, untersten beiden Reihen Da hatte ich jetzt halt Pech gehabt, dass das wirklich Golden Pound war Aber naja, gut, kann man nicht wirklich groß machen Ich hab eigentlich ein gut, ein Team, was gut genug dafür ist Also eigentlich sollten wir da nicht in zu große Panik geraten Das sollte eigentlich alles möglich sein So, Doppel Mihawk zünden wir jetzt, ähm, wie gesagt, ich, ich werde ihn jetzt erstmal nicht unter, äh, 20% bringen Also ich versuche das jetzt erstmal zu vermeiden Weil ich glaube, unter 20%, äh, will ich den gar nicht erstmal bringen Weil ich weiß, dass der unter 50%, also dass er jetzt schon relativ eklig war Ähm, dann will ich den gar nicht erst erleben, wenn der hier, äh, unter 20% ist Deshalb versuchen wir, versuche ich das erstmal ein bisschen so zu umgehen Aber ich weiß, dass der Spider Monkey definitiv einer der, ähm, eher nervigeren, äh, oder schwereren Charaktere war, ja Von der Insel hier auch So, da werden wir einmal geblindet Das ist auch nicht so schlimm Äh, der Captain Bind ist schon ein bisschen nerviger Muss ich da ja ganz ehrlich zu sagen Äh, das ist auf jeden Fall nicht so schön Der Blind, äh, der Blind ist natürlich auch nicht so gut Da ich jetzt auch nicht alle Kombos auswendig weiß Oder alle, ja, die, das perfekte Timing auswendig weiß sozusagen Aber mal gucken Ich hoffe, ich schaffe das jetzt War natürlich ein bisschen eklig, dass ich das mit Oh, äh, okay Okay, das ist natürlich jetzt nicht sehr gut Ähm, ja, okay Ich wusste jetzt nicht, dass er das so schnell wieder macht Das mit dem Bind Ich hoffe, wir sterben da jetzt nicht gegen Das wäre nämlich jetzt ein bisschen doof Aber okay Gut, dann schauen wir uns das Ganze mal an gleich Ich hoffe, er bindet jetzt nicht schon wieder Nee, das ist gut Dann aktiviere ich jetzt erstmal Crocodile Für ein bisschen Schaden Und für den Endop natürlich auf ihn drauf, logischerweise Und dann schauen wir mal Und ich hoffe, das bekommen wir dann jetzt mal so hin Ah, da Und dann der Missklick Ich glaub's nicht Und dann muss ich natürlich missklicken Das gibt es ja nicht So, okay Ich weiß nicht, ob wir das Ganze schaffen werden Ich bin ja mal gespannt Ich hoffe auf jeden Fall Dass ich das hinbekomme Weil dann müssen wir das Ganze nicht nochmal machen Äh, und dann bin ich hier wirklich in einen Rutsch durch So Jetzt nur ein bisschen auf das Treffen konzentrieren So, sehr gut Dann bin ich durch Oh Ich wollte gerade schon sagen Ich hab's hier Ich seh das hier immer ein bisschen früher Und ich hab die goldene Kisse schon gesehen Ich dachte schon wieder, das ist ein Instant Drop Aber nein So schnell geht das Ganze nicht So, sehr gut Muss ich das Ganze nicht nochmal machen Aber ich wusste wirklich, dass der Spider Monkey wirklich Sehr, sehr schwierig ist Ja, also Das ist wirklich ein relativ harter Charakter Und das hat mich nämlich auch auf der japanischen Version fast zum Weißgut gebracht Weil ich da noch nicht wirklich wusste Ja, wie ich dagegen zu kämpfen hab Aber hier Jetzt hab ich's ja wirklich gesehen Was ich sonst auch noch raten kann Vor allem, wenn ihr da mit einem Free-to-Play-Team reingeht Vielleicht einen Morgen reinpacken Um wirklich die Ketten mal zwischendurch zu brechen Und dann sollte man das auch wirklich relativ gut schaffen Also, ich hab's ja gesehen Ja, ich hatte zwar noch genug Damage Aber das ist halt schon nervig, dass er die unterste Reihe ein-Ausschaltet Also da muss man wirklich ein bisschen überlegen Definitiv kein einfacher Boss So Die Stage Nummer 9 ist eine Stage, die nur aus farbigen Rittern besteht Das heißt, ich werde mich hier auf Blau, Grün und Rot spezialisieren Das heißt erstmal, dass, äh, Crocodile rauskommt gegen Doflamingo Das heißt, wir wechseln hier mal eben die Position Und dann werde ich Also gegen Blau hab ich den Konter Gegen Grün hab ich den Konter in Ahlung Das sollte eigentlich vom Schaden her reichen Ähm Und ich wechsel Shanks gegen den Lok-Zero aus Kann man aber auch, äh, ganz gut Ihr seht schon, da ist nicht viel Unterschied, äh, durch, durch Luki zum Beispiel austauschen Ist auch ein guter Blauer Slasher Also, wie gesagt, wenn ihr das ganze Free-to-Play runnen wollt Kann ich euch das nur empfehlen Also, Luki, die Luki- und Kaku-Insel ist wirklich einer der besten, äh, Extra-Inseln Wirklich für alle Free-to-Play-Leute Weil ihr bekommt einen sehr, sehr genialen Slasher Und ihr bekommt halt einen Orb-Booster Und das sind halt wirklich zwei, die man wirklich sehr, sehr gut gebrauchen kann, ja? Also, ich kann's wirklich nur raten, falls die Insel da ist, holt euch auf jeden Fall mindestens eine Kopie davon Und dann noch ein paar für Special-Level Ich geh hier natürlich wieder mit Double Mihawk rein Denn das ist einfach, oh, okay, der ist noch nicht mal Max-Level Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo noch ein Max-Level rumliegen haben Sonst nehmen wir einfach den mit So dramatisch ist das Ganze eigentlich auch nicht So hier, nehmen wir einfach den mit Der ist Max-Level und rein, da geht's So, ja, also ich kann wirklich nur raten Das ist eine sehr, sehr gute Insel Ähm, wenn ich so eine Top Ich weiß noch nicht Also, wenn ich so eine Top-5 machen würde Wäre die auf jeden Fall hundertprozentig damit drinne Ähm, Arlong Vor allem Arlong wäre da auch drinne Obwohl halt wirklich die einzige gute Einheit, da Arlong drinne ist Aber Arlong ist ein so, so starker Charakter Ähm, dass ich wirklich sagen muss Das ist wirklich Einer der Top-Inseln Obwohl halt wirklich nicht viel da los ist, ne Also, das ist auf jeden Fall Äh, die, die da auf jeden Fall auch mit reinkommen würde Ähm, wenn ich jetzt mal so ein bisschen überlege Wen haben wir denn da noch Oder welche Insel würde ich da noch reinpacken Das ist auf jeden Fall Ist auf jeden Fall ein guter Punkt Also, wie gesagt, schreibt es gerne auch mal in die Kommentare Ich will mal eure Meinung dazu hören Was sind denn so die, äh, eure Top-Inseln Ja, eure Top, äh, Free-to-Play-Inseln Äh, muss noch nicht mal vom Von den Skill-Büchern her sein Sondern wirklich von den Charaktern da drauf Ähm, von der Spielstärke her Also, ähm, die, die jetzt da ist Striker Crocodile Äh, ist da höchstwahrscheinlich auch da Einfach, weil da halt der, ähm Der Slash Also, weil halt, äh, Mr. 1 auch noch drauf ist Als Slasher-Booster Und halt Crocodile und Crocodile Also, Prison Crocodile Ist ja wirklich einer der besten Slasher Und ist auch eigentlich Wird auch in vielen Slasher-Teams Äh, und vor allem Free-to-Play-Slasher-Teams benutzt Ähm, und er ist halt wirklich sehr, sehr wichtig Als, äh, Damage-Booster Und deshalb, dass, die wäre auf jeden Fall auch da mit drin Aber, ne, über so eine Top-5 Da müsste ich mir definitiv länger Gedanken machen Aber, ich würde auf jeden Fall sagen Dass die drei Inseln auf jeden Fall da schon drin sind Also, Luki und Kaku Äh, Arlong und Striker Crocodile Und wahrscheinlich übersehe ich hier auch schon wieder Eine total heftige Insel Also, Smoker ist auch definitiv nicht schlecht Vor allem für den Anfang Sehr, sehr gute Stats Auch für ein Striker-Team gut zu gebrauchen Und Ja, wen haben wir denn noch? Also, ich bin auf jeden Fall Also, es gibt viele gute Exile-Inseln Aber für genauso viele gute, die es gibt Gibt es natürlich auch wieder ein paar schlechte Wo halt die Charaktere entweder gar nicht zu gebrauchen sind Oder wirklich nur Durchschnitt sind Also, es ist Es gibt wirklich viele Varianten, ne Sich das Ganze anzugucken Äh, wenn ich mir das jetzt gerade so recht überlege Hätte ich vielleicht anstatt den Doflamingo reinzutun Wirklich, äh, noch einen anderen Äh, Quick oder Stärke-Sash reinzutun Weil wir haben ja schon zwei Äh, Dex-Charaktere In den beiden Mihawks, die wir da haben Deshalb Naja, gut Hätte mal jetzt ein bisschen anders regeln können Aber, naja Ist nicht so, dass Doflamingo wenig Schaden hat, ne Also, er ist allgemein einer der stärksten Stasher-Charaktere im Spiel Deshalb bin ich da jetzt auch gerade nicht so wirklich Werde ich da auch keine Träne hinterher weinen Sagen wir es mal so, dass ich den da ins Team mit reingenommen habe So, nächste Runde, nächstes Glück So, dann sollte ich mit dem anfangen Und dann schauen wir mal Also, das läuft relativ gut Ähm, wir kriegen höchstwahrscheinlich maximal jetzt eine Attacke von dem Roten rein Joa, okay Geht noch Ne, wir sterben nicht Das ist, dann ist das alles okay Und, ja Aber das läuft alles gut Ich bin relativ froh Aber, wo halt ich Wovor ich halt noch ein bisschen Schiss habe Ist halt wirklich die Folge Morgen Weil ich mich auf Moria noch nicht so Ähm, konzentriert habe Und vor allem, weil ich den auch noch nicht so oft bekämpft habe Weil ich halt wirklich, ähm, dann instant gejammt habe Auf der japanischen Version Weil mir das dann zu doof wurde Und weil ich halt kein Stamina mehr hatte Und deshalb kann das ein bisschen schwierig morgen werden Aber, ich denke, ich packe das Und wenn nicht, dann habe ich Wie gesagt, ist ja nicht so, dass ich, äh Dass die Insel mir irgendwie wegläuft oder so Also, das sollte alles noch gehen So, sehr gut Damit ist die Insel auch vorbei Joa, wir sind auch noch relativ gut im Rahmen Wir sind bei 15 Minuten Läuft auch alles So Das, aber sind schon ein paar längere Stages Muss ich ja ganz ehrlich sagen Also, das ist wirklich, äh Wird wirklich ein bisschen mehr Und ich bin gespannt Wie das dann morgen bei Moria aussieht Und mal gucken, ob wir dann wieder so viel Glück haben Dass der Instant droppt Ich bezweifle das mal stark Aber naja, kann ja alles passieren, ne So Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute Ähm, nicht vergessen, wirklich Äh, schreibt das mal in die Kommentare Ähm, wie, oder, wie oder Was haltet ihr davon Was sind eure Top 5 Extra-Inseln Ähm, welche würdet ihr auf so eine Liste packen Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, Leute Den Daumen nach oben nicht vergessen Falls das Ganze euch gefallen hat Und, wie gesagt Falls ihr keine Folge mehr verpassen wollt Den Abonnieren-Knopf drücken Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Leute Bis denn Und ciao